Manke ist jetzt schon vier Wochen alt, was bedeutet, dass wir ihn leider auch schon in vier Wochen abgeben müssen. Nichtsdestotrotz merkt man wirklich, dass er immer mehr zum richtigen Hund wird, denn er kann jetzt schon eigenständig laufen und er hat sich schon mit unseren anderen Hunden angefreundet und wird immer frecher, die Zähne werden spitzer und tun immer mehr weh. Ja, wir haben ihm auch schon so eine Art Welpenbrei gegeben, das bedeutet, dass wir ihn jetzt schon langsam auf feste Nahrung umstellen und ja, das seht ihr jetzt alles in diesem Video, also fangen wir an. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.